Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon der Abiliexion unter Half-Con-Up-Lock. Im letzten Part haben wir eine neue Pokémon gefangen. In diesem Part nehmen wir die Story weiter. Und das ist mit Ming-Mitch-Optivoc-Command. Ich hoffe, wenn wir einmal die Kripsale drunter beschreiben. Und wenn es das Wochenende ist, dann bis noch so nicht. Das wäre schon ein bisschen bloß. Vielen Dank. 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 Okay. 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 das andere, du bist ja wartet. Oh, das war mal ein Problem. Das ist so eine Art. Ja, das ist so eine Art. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Vielen Dank. 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 I'll say this. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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